Hey, kommen Sie mit? Ich will schwimmen. Salz oder Süßwasser? Ich bin wie die Fjordforelle. Ich mag beides. Heute Carpaccio von der Fjordforelle. Für die Soße vermischen Sie Mayonnaise mit Senf, Zitronensaft und Salz. Und nun vermischen Sie die Gewürze, Fenzelpulver, Korianderpulver. Bestreuen Sie damit die Forelle auf beiden Seiten. Als Beilage etwas Fettsalat mit Olivenöl und Weißweinessig. Salzen und vermischen. Schneiden Sie dann die Forelle in dünne Seiten. Forelle ist perfekt für die Rohzubereitung, denn ihr Fleisch ist schön weiß. Dann anrichten, mit einem Spritzbeutel die Soße dazugeben und den Salat. Einfach, aber köstlich. Welbe komme? Auf bald für einen leckeren norwegischen Teller.